Sachsen. Ein Land mit Erfolgen und Chancen. Viele davon können wir besser nutzen. Das heißt für uns in Bildung investieren und den Lehrermangel stoppen. Schulen vor Ort zu erhalten ist ein Anfang. Hochschulen stärker zu fördern, noch lange nicht das Ende. Unsere Verkehrspolitik für Stadt und Land, umweltfreundlich und bezahlbar, verzahnt sinnvoll Bus, Bahn, Auto und Rad und bringt alle ans Ziel. Wir wollen einen Freistaat, der diesen Namen verdient. Ohne Überwachungswahn. Mit mehr Mitbestimmung und Sicherheit für die Menschen. Rassistische und menschenverachtende Gedanken haben in Sachsen nichts verloren und im Landtag nichts zu suchen. Egal von wem sie kommen. Unsere Heimat weiter abzubaggern für Braunkohle, die das Klima schädigt, ist kein guter Plan. Dafür Geld auszugeben, noch viel weniger. Wir fördern lieber erneuerbare Energien und unterstützen Ideen und Programme zum Energiesparen. Denn Klimaschutz ist auch eine Chance für unsere Wirtschaft. Sachsen hat eine wunderbare Natur. Massentierhaltung und Tierfabriken passen nicht dazu. Diesen Saustall wollen wir ausmisten und ökologische Landwirtschaft fördern. Für all das haben wir Lösungen. Machbar und bezahlbar. Schwarz auf Weiß. Wir haben viel vor. Wir wollen Sachsen erneuern und modernisieren. Lassen Sie uns Sachsens Chancen nutzen. Denn es ist möglich. Am 31. August. Grüne wählen.